Yo, Tigris, alles fit? Face it, ja. So heiße ich, so heiße ich. Ja, hast du L? Zuckst du auch? Was? Zuck ich auch bei dir? Ja, ja, du zuckst bei mir. Ich glaube, ich dachte erst, dass es an meiner hellen Beleuchtung ist, ja? Zack! Herr Tigris, Sie sind im Interview. Sagen Sie doch mal was zu den letzten Vorwürfen. Zu den letzten Vorwürfen? Sagen Sie doch mal was mit Ihrer Knarre in Ihrem Gesicht. Ey, sag was! Gut. Haben wir das auch geklärt. Können wir weitermachen? Wir können weitermachen von mir aus. Also, ich mache mal ein Jack-Pack an. Was ist jetzt, wenn du weg warst? Aber eigentlich hat er gesagt, dass du ihm doch mal was dich vorstellen sollst. Ich meine, mit den Zuschauern, ich habe nicht gehört. Ich meine, mit den ganzen Zuschauern, die von hier, die ich nicht kennen will. Richtig. Ja, meine Damen und Herren, ich bin Kai Greggs. Ich mache die Spiele. Schlecht. Ab und zu zu spielten wir auf der Waternais. Ich werde dann immer von Base-List-Deck gehabt haben. Gemeinerweise und High-Pickerweise. Und ich hatte einen, ungefähr, ich hatte einen Gegenspieler gegenüber von mir sitzen. Das war, ich weiß nicht. Und er meinte, los. 101. Ich zeige dir, wie sich im Story-Gil herzlichen Treibung zeugt. Worauf ich dann natürlich meine. Man kann nicht mal leichtsinn sagen, weil es einfach, in meiner Naivität, ich habe gedacht, natürlich, ein faires Battle, ich mit meinem Bo-Fighter, gerne. Jederzeit. Und dich einfach mal kurz auseinandergenommen. Das kann man so verhässern. Auseinandergenommen, dass ihr denkt, die Politik ist nicht in Geburt, oder? Ich würde ja sagen, nicht machen. Das würde ja dein Flugzeug zerstören. Du müsstest das separieren. Deine Kosten. Ja. Was war das denn? Du hast mich gerade gebohrt. Ich habe mich nicht gebohrt. Ich lachs mich gebohrt. Du hast sogar Rückwärts-Helogen. Du fliehst jetzt Rückwärts. Na gut, ich lade nicht mal aus. Ja. Oh, fuck. Okay, das war knapp. Ich wäre fast in die Unendlichkeit gefallen. So, mach mal. Das ist übrigens nicht der einzige Grund gewesen, warum ich das extra gemacht habe oder so. Stark, dass ich noch nichts aufgenommen habe. Du musst auch da erst rüber gehen und T drücken. Ja, ich habe es gemerkt. Das ist mit einem Fail. Also während andere Leute eine Bohrpause gemacht haben, habe ich ja schon drei Lade hier hingeschaut. Bohrpause. Also wirklich. Sowas lasse ich mir ungerne nur sagen. Muss ich ja gestehen. Aber du lässt es dir sagen, weil es der Wahrheit entspricht. Ach ja. So, was wird das jetzt hier für eine großartige Basis? Weißt du es noch nicht? Du weißt es noch nicht. Ach, ich fliege immer runter. Das gibt es doch gar nicht. Soll ich ihn ausmachen? Ne, 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 ne. Ist gut. Ich komme nur noch nicht ganz drauf klar. Lass das so sein. Okay. Ist ganz schön mühsam, die ganzen Steine da wegzukriegen. Allerdings. Geht das nicht anders irgendwie? Ich wüsste es nicht. Außer, dass wir sie einfach da liegen lassen. Aber dann können wir da nicht bauen. Was auch kacke ist. Aber wir könnten sie doch mit so einem, äh, mit der Gravit... Äh, also mit so einem, ja, Gravititäts... Gravi... Du weißt schon? Ja. Erdanziehungskraftding. Genau. Ähm, könnten wir doch rein theoretisch die irgendwie... ...weck springen lassen oder so. Weißt du, wie ich meine? Ging ja das nicht? Mhm. Dass die wo angezogen werden? Pass auf. Bevor wir jetzt weitermachen... Ach, du wirst schon nach Schweden. Nee. Hier, ne? Gravi... Bla, bla, bla. Wo ist es? Da ist er. Was denn? Na, nichts. Nichts. Guck dir die Steine an. Funktioniert das? Ja! Okay, falsche Richtung. Ich hab's verstanden. Das ist die falsche Richtung. Aber vom Prinzip her... Und was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Klicke trotzdem darin. Ach, du hast da schon einen... Aber du hast den auch in die falsche Richtung. Ja, ja, ja. Ich hab ihn gesehen. Ja. Ey. Nee, 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 nee. Pass auf. Jetzt. Doch, 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 doch. So. Wo willst du ihn denn hinmachen? Da, gucke. Ja, großartig. Und jetzt? Ja, und jetzt machen wir ihn wieder weg. Und dann haben wir's. Ey, warum machst du die denn da? Einfach so... Nee, nee, nee. Und jetzt? Oh, oh, oh. Ja, und jetzt ist doch... Jetpack aus. Ah, du Arschloch. Sam. Hör auf. Du hast gesehen, du kannst mir absolut vertrauen. Ja, absolut. Aber gucke, die Hülle ist clean. So macht man das. Dann zahlierst du denn mal die anderen Games? Ja, ja. League of Legends. Hallo? League of Legends ist nicht so meins. Doch, klar. Ja, bist du ein geborener Spieler für. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Du hast schon leichtes Rage-Potenzial, das Gefängnis. Solche Spieler brauchen wir im Team. Ja, hier spielen wir die Gewinnungser, dann merke ich das. Das ist Potenzial-Freundlich, oder was? Das wir das brauchen. Der hat ja noch nicht so viel gefangen. Ja, das ragt eigentlich keiner. Wir bräuchten noch einen, weißt du. Ja. Wir können natürlich auch jetzt, wo wir schon eine Barthesentwahr haben. Weil die ist ja schon fast fertig hier. Könnten wir ja auch ein Schiff... ... von Barthesentwahrer. Ich wollte ja schon so viel gemacht haben für die Basis. Ich sehe das. Ich wollte ja eben nicht. Ich wollte dabei jetzt auf dieses Thema Basislaut mit einem Nachdruck noch dran denken. Ja, na klar. Ich bin auch ein geduldiger Mensch. Ja, also ich kenne mich eigentlich unter einem zweiten Vornamen der Geduld ist. Ja, richtig. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich auch mit Basisbauer schon abgeschlossen. Das gefällt mir eigentlich schon so ganz gut. Wir haben jetzt hier ungefähr drei Meter weit Vorn. Ja, du hast doch eine Ohrkelle. Wenn man da so einen kleinen Stein reintut, dann geht der schon ab, ne? Ja. Was ist denn, wenn du so einen Container da hiebst? Der bewegt sich gar nicht, weil das ein großes Schiff ist und wo sie sind, können gar nicht mehr ruhig. Oder wie ich letztens bei einer Sendung gesehen habe. Ich will es den Namen nicht nennen. Da war die Frage, wie welches Kleidungsstück? Du darfst dich auch gerne beantworten. Also, es geht um Land. Das hat die Form eines Kleidungsstückes. So, pass auf, das ist noch nicht die Frage. Italien. Wie welches Kleidungsstück hattest du eine Form? Wie welches Kleidungsstück hattest du eine Form? Weißt du, was die Antwort war? Weißt du, was die Antwort war? Nein. Wie ein T-Shirt. Wie ein T-Shirt. Also, das fand ich schon genial. Wir wollen ja passazinieren, wenn wir die Bildungsfernsehen. Ja, es war Q7, wenn ich gestehe. Also, so schlimm war es nicht. Hast du jetzt irgendwie hier Gravitation gerade? Mhm. Leicht, ne? Ja, ja. Du spielst doch da schon wieder rum, oder? Nein. Du spielst ja schon wieder rum, ey, ich wusste es. Wieso? Ich mach doch nichts. Doch, doch, doch. Was denn? Machst du in die andere Richtung, oder nicht? Dann fliegst du dir, dann kannst du es da schon abbauen. Dann ist es leichter für dich zum Abbotieren. So? Ich weiß gerade nicht, was du da machst, aber... Was denn? Da bin ich. Ja, ist geil. Kann man weiter machen. Geht das nicht schneller, ey? Mit so'n... Das geht nicht. Mit dem Bohrer. Nein. Wie denn? Ja. Mit Rakene? Nein. Wie denn? So, warte. Ich zeig's dir jetzt einmal, okay? Ja, okay. Ein einziges Mal, warte. Sobald ich mich hier von diesen... Wer auch immer diese komische Gravität angemacht hat, oder die Gravitation angemacht hat... Ist gerade ein bisschen leise bei mir, aber okay. Ich hab nur gerade gesagt, wer immer diese komische Gravitation angemacht hat, ist... Ja. So. Ähm. Wo bist denn du? Da. Bin hier. Okay. Achtung. Das hast du gesehen da, ne? Mhm. Das gefällt mir. Du bist so'n Arschloch mit diesem Gravitation-Ding, ey. Ist unglaublich. Aber find ich cool. Du schießt nicht da drauf. Ich schieße da drauf nicht. Ich schieß jetzt drauf, aber... Okay. Nice. Gut. Hier ist ein Tunnel unten, ey. So genau so ist das doch geil, ey. Hier ist so'n Tunnel. Die muss noch passen. Eine passen noch. Willst du doch nur wieder ballern? Nein, 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 nein. Eine passt noch. Das ist physikalisch erwiesen. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mein Jetpack ausmache? Mach mal. Hahaha. Hahaha. Okay. Ja, ich bin weg. Hahaha. Ich haß die da an, oder nicht? Jetpack an. Ach, Jetpack an. Jetzt hab ich's. Ganz nett. Netter Verteidigungsmechanismus gegen Leute, die unerwünscht sind. Dafür hab ich ihn ja jetzt gemacht. Aber jetzt ist der, der unerwünscht ist, schon weg. Das ist aber echt gemein mit der Schwerkraft. Echt? So, ich hab's ausgemacht. Okay. Machst du? Boom. Ach so, ich... Nice. Gut, gut. Okay, dann machen wir jetzt hier seitlich eine hin, oder? Mhm. Wie machst du denn das? Machst du eine neue Basis und dann... Was denn? Nö, mach doch da einfach hin. Ich mein, ziehst du immer einen neuen Strich sozusagen, oder machst du eine neue Basis und dann den da einfach dran? Nö, nö, ich mach immer einen Strich. Ich mach mir den auch nochmal... Das war ja hier irgendwo... War-Dings, ne? War-Hit. Ja. Sprengkopf, nice. Nett. Aber ich kann doch eigentlich die Blöcke dran lassen, oder? Ja, ich bin... Bringt er doch sowieso weg. Ich bin da immer so ein bisschen... Was, wenn ich jetzt hier dabei stehen bleibe, im Ding... Wo ist denn da? Nichts. Schade, dass die das Helpssystem nicht eingebaut haben. Wie bitte? Gut, dass du überlebt hast. Ja, das wüsste ich ja mit dem Helpssystem. Da wär ich informiert. Kennst mich doch. So. Ich spreng hier mal weiter. Hm? Warum hab ich jetzt die ganze Zeit gebohrt? Holy crap. Hallo? Warum hab ich gebohrt? Ich weiß nicht, warum du gebohrt hast. Ich hab nur eine Sache gerade festgestellt. Aber das wirst du auch noch sehen. Ich bin gespannt. Äh, ich seh hier irgendwas rumfliegen. Was hast du denn gemacht? Hallo? Was machst du da? Du machst unsere Basis kaputt. Warum denn? Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht. Aber bei mir sieht das mehr als kaputt aus. Was machst du da? Was machst du da? Hast du Motor an Motor gemacht oder was? Da... Okay, ich verstehe. Aber es dreht sich bei mir nicht. Es geht nur kaputt. Echt? Hm. 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 Ich bin weg. Wo bist du? Ich bin ganz weit weggeflogen. Ich komm wieder. Also hier ist auch ein Tunnel. Seh ich gerade. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich bin hier gerade unten. Hier, ich baue mal. Mach mal. Ich hab nämlich ne gute Idee. Ich hab ne sehr gute Idee. Wie die Bohrer? Oder besser? Ähm... Wie Bohrer ungefähr, denke ich. Also Bohrer sind schon ne gute Idee eigentlich. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Die Umsetzung war ein bisschen komisch. Welche Umsetzung? Kann ich die hier reinziehen? Ah, nur... Ah. Und jetzt? Guck mal, ich hab hier schon diesen riesen Raum gesprengt. Und du? Ja, ja. Der Raum, den hab ich schon... Ja? Aber mach keinen Durchbruch da, ne? Welchen Durchbruch? Ich kenn dich. Welchen Durchbruch denn da? Ja. Ja, ich haste wieder ne kurze Zünschen. Und dann... hängt's wieder alles in der Luft da. Ja, ich? Du. Ich bin ein... So, ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Ein bisschen schade. Mhm. Check mal lieber draußen, wie das da aussieht. Mhm. Check mal. Na... Könnte eng werden. dieser Sprengung. Aber... No risk, no fun, würd ich sagen. Mhm. Doch, perfekt. Dann bin ich gut. Alter, ich bin echt gut. Muss man echt sagen. Gut. So. So gefällt mir das. Wollen wir dann langsam was reinbauen? Ich warte. Ja? Wie möchtest du's denn? Hm. Hm? 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 Also, ich... Ich richte mich da auch ein bisschen nach dir. Ich bin ja... ...nur hier, um Spaß zu haben. Ich will ja auch erfolgreich dieses Spiel spielen. Geht mir ja auch immer um Competition. Das weißt du ja. Ja, ich kenn dich ja. Also? Hast du ja alles kaputt gemacht? Oh, ist das gut. Ich mach hier grad ein bisschen kaputt. Ja. Aber läuft. Ja, also bauen wir jetzt hier oder was? Oder wie? Ja. Hier rein. Aber sag, wie stellst du dir das vor? Also... Ich weiß nicht. Ich hab gehört, da hat einer einen Plan, der will eine Basis bauen. Und dann bist du einfach mal hierher geflogen und hast mitgemacht oder was? Oh, das war so meine Idee. Okay. Na gut. Dann fangen wir mal an zu bauen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich... Oh! Was denn? Man beachtet den Gravitationsgenerator. Ja. Gut. Mhm. Sieht gesund aus, ne? Ja. Ja, bei mir sieht der super gesund aus. Also, ich hab selten so ne schöne Konstruktion gesehen. Bricht der da gleich ab oder was ist da... Oh, 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 oh. Also, Jetpack empfehle ich dir anzulassen. Wow. Ja. Also dann... Ist das noch heile oder...? Ist das noch heile? Ist das noch heile? Okay, bei mir sieht es nicht ganz so heile aus, muss ich gestehen. Doch, doch. Heile ist der noch. Weiß... Jetzt ist er allerdings etwas problematisch. Ich weiß nicht. Wo siehst du jetzt da die Problematik? Hast du ihn abgeschossen? Ich hab was? Hast du ihn abgeschossen? Nein. Ey. Okay, komm rein. Wir wollen jetzt. Was machst du da? Nichts. Gefällt mir nicht. Markus, da sieht dein Jetpack aus. Nee. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Mach doch mal. Nee, nee, gleich. Na gut, ich mach's. Ich mach's. Ja, da. Ah. Wieso? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Ich mach hier genau hin. Mach mal dein Jetpack aus. Nee, ach was. Das reicht mir schon hier. Das reicht dir schon. Ja. Lass dich hier auf eine dramatische Nachricht für dich. Was denn? Es gibt kein Pink. Es gibt kein Pink. Kein Pink? Es gibt kein Pink. Scheiße. Ja, dann müssen wir was anderes spielen. Ja. Also wie wär's denn mit Gelb? Gelb ist ja auch sexy. Blau sieht auch nicht schlecht aus. Also wie du willst. Ich bin da mit Farben... Weißt ja... Hab ich beruflich Erfahrungen gemacht. Ja. Alter Farbdesigner. Farbdesigner. Professionell. Mhm. So. Was mach ich? Alles gut. So, ich würde einfach dann hier unter... Oder machst du das gerade schon? Nee, mach doch. Da sind Löcher übrigens. Warte. Da waren Löcher. Hat er das jetzt gemacht? Ich glaub nicht. Oh. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich hier falsch anstelle. Muss ich jetzt loslassen? Ach du hast da blau? Okay. Machen wir blau. Wo hab ich denn was? Du hast da doch gerade einen blauen Stein drunter gemacht, oder nicht? Nein, den hast du gesetzt. Nein. Ich hatte kein Blau. Ich hab mir hier wieder unterstellt, ey. Ist doch okay. Was hältst du denn... Ich weiß nicht. Muss ich jetzt das erst loslassen, oder das? Ja, das war definitiv... Doch! Bist du gerade da drunter? Ja, bin ich. Okay. Jetzt den ganzen Bau, den wir da hochgezogen haben noch. Wie bitte? Brauchen wir den ganzen Bau, den wir da jetzt gerade hochgezogen haben noch? Oder bauen wir jetzt hier drinnen unsere ganze Basis? Ja, das ist die Frage. Ich würde eigentlich sagen, wir bauen hier drinnen unsere ganze Basis, oder? Bin ich auch für. Okay. Dann höhle ich die hier gleich nochmal mit dem Handbohrer ein bisschen aus, dass der Boden hier eben ist. Wie krieg ich denn... Weißt du, was jetzt fehlt? Weiß ich nicht. Die Möglichkeit, den großen Platz hier von... Äh, jetzt schon den großen Porteter von draußen hier reinzubringen. Du hast die Aufgabe von der Organisation, von der Teamorganisation bekommen, diese Steine einzusammeln. Das ist deine Mission. Viel Spaß. Ich bohre in der Zeit. Obwohl ich inzwischen eigentlich wieder springen würde, eigentlich. Muss ich gestehen. Es dauert mir ehrlich gesagt einen Tick zu lang. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt fünf Sekunden gebohrt. Ich glaube, ich springe wirklich. Du springst? Jaja, das hättest du gern, ne? Ja, das hättest du gern. Du kannst nicht springen. Zack! Ich drehe mich auch jetzt nicht um und gucke, was alles kaputt ist. Nein, das tue ich nicht. Ich gucke hier nur in meine glückliche Ecke. Mein happy place. Alles gut. Ich würde jetzt doch nochmal die Augen an deiner Stelle zumachen, glaube ich. Und ich hoffe, diese Reaktoren sind gut versichert. Denn ich weiß nicht ganz genau, wie das Ausmaß dieser Bombe jetzt sein wird. Das war eigentlich schon so geplant, muss ich sagen. War eigentlich schon so geplant. Habe ich gut gemacht. Das ist meine Masse. Den Lob. Warte, lass mich dir ja kurz dein Lob geben. Warte. Bleib kurz schnell. Lass mich dir dein Lob geben. Lass mich dir dein Lob geben. Warte, warte, warte. Lass mich dir dein Lob geben. Lass mich dir dein Lob geben. Ja, ja, warte sofort. Verdammt! Du hast da... Was? Ich hab... Du da war... Ich hab... Du da war... Was? Ah, das regt mich auf. Du kommst aus dem Harz. Du sprichst im Brocken. Ey, das ist nicht blau! Das ist nicht blau! Ja. Der Kerr. Du Kannst du Untertitelung des ZDF, 2020